Dieser Zug wird dort mit einem anderen Zugteil zusammengeführt. Deshalb werden wir kurz am Bahnsteig halten und mit geringer Geschwindigkeit heranfahren. Zu ihrer Sicherheit bleiben die Türen bis zur Beendigung des Kuppelvorgangs geschlossen. Liebe Fahrgäste, an dieser Station erfolgt die Türöffnung aufgrund eines Kuppelvorgangs mit Verzögerung. Wir bitten um etwas Geduld. Bitte beachten Sie, dieser Zug wird um einen weiteren Zugteil verstärkt. Bitte beachten Sie, unser Zug verfügt über eine Klimaanlage. Um Ihnen während der Fahrt eine optimale Klimatisierung im Zug anbieten zu können, möchten wir Sie bitten, die Fenster unbedingt geschlossen zu halten. Vielen Dank. Liebe Fahrgäste, wegen eines technischen Defekts ist in einem unserer Wagen die Klimaanlage ausgefallen. Bitte suchen Sie die verbleibenden gekühlten Wagen auf. Liebe Fahrgäste, dieser Zug verkehrt heute mit verminderter Sitzplatzkapazität. Wir bitten Sie, dies zu entschuldigen. Liebe Fahrgäste, bitte beachten Sie beim Aussteigen, dass bei diesem Halt die Trittstufen nicht ausgefahren werden können. Liebe Fahrgäste, aufgrund der Vorfahrt eines anderen Zuges verzögert sich unsere Weiterfahrt um wenige Minuten. Liebe Fahrgäste, die Weiterfahrt unseres Zuges wird sich leider um wenige Minuten verzögern. Grund dafür ist die außerplanmäßige Reparatur an einem Signal. Liebe Fahrgäste, aufgrund eines Notarzteinsatzes auf der Strecke verzögert sich unsere Weiterfahrt. Sobald nähere Informationen vorliegen, informieren wir Sie. Bitte treten Sie aus dem Türbereich zurück, damit wir weiterfahren können. Vielen Dank. Liebe Fahrgäste, wegen Bauarbeiten endet dieser Zug an der nächsten Station. Zur Weiterfahrt steigen Sie bitte auf die Busse des Schienenersatzverkehrs um. Liebe Fahrgäste, aufgrund von Bauarbeiten kommt es auf dieser Strecke zu Abweichungen im Fahrtverlauf. Bitte beachten Sie unsere Aushänge in den Zügen und auf den Bahnsteigen. Liebe Fahrgäste, die Weiterfahrt unseres Zuges wird sich leider um wenige Minuten verzögern. Wir warten noch auf einen entgegenkommenden Zug. Sehr geehrte Radler, bitte nehmen Sie Ihr Gepäck vom Fahrrad. So schaffen Sie Platz für weitere Fahrräder. Vielen Dank. Liebe Fahrgäste, bitte überlassen Sie Ihren Sitzplatz älteren und gebrechlichen Menschen sowie schwangeren Frauen. Vielen Dank. Liebe Fahrgäste, wir bitten Sie Ihre Schuhe nicht auf den Sitzpolstern abzulegen. Vielen Dank. Bitte beachten Sie, dieser Zug fährt nach einem kurzen Aufenthalt weiter in die Abstellung. Bitte steigen Sie jetzt aus. Liebe Fahrgäste, in unserem Zug gilt die 3G-Regel. Bitte führen Sie einen gültigen 3G-Nachweis mit. Beachten Sie die gesetzlichen Regelungen zur Maskenpflicht in unseren Zügen und an den Bahnhöfen. Wir empfehlen das Tragen einer FFP2-Maske. Vielen Dank. Achtung, Sicherheitshinweis. Aufgrund eines Ereignisses am Zug möchten wir Sie bitten, das Fahrzeug zu verlassen. Bitte bewahren Sie Ruhe, achten Sie auf den Höhenunterschied zum Gleis und folgen Sie den Anweisungen des Personals.